Eigentlich wollte ich nur eine Tüte sniffen, aber der Typ sagte, hör zu, wenn du es sniffst, kannst du es genauso gut einschmeißen. Wenn du es einschmeißt, kannst du es auch spritzen, Alter. Ich hatte Angst vor Nadeln, aber ich tat's trotzdem. Eine endlose Hitzewelle ging durch meinen Körper. Ob Leid, Schmerz, Traurigkeit oder Schuldgefühle, alles wurde völlig weggespült.